Moin Moin, ich mache mich jetzt gleich auf den Weg nach Stuttgart. Da steht ein Geschmacksforum an. Mal gucken, was da passiert. Bisschen werde ich neppen. Nicht viel, bisschen. Bevor es aber richtig losgeht, gibt es noch einen Wegverzehr aus dem Nordstadtledele. So, in Stuttgart angekommen und auch direkt im Hotel eingecheckt. Jetzt geht es dann weiter zur Veranstaltung. Hier sind wir, Defrost GmbH, Hashtag Geschmacksforum. Bin mal gespannt. Ketchup-Verkostung von E-Meels. Genau die richtige Zeit für ein kleines Bier-Tasting. So sieht man aus, wenn man schon um 11 Uhr ein Bier trinkt. Prost! Der ist ja auch geil. Wir gehen jetzt in die Spätzle. Und da kommen sie rein. Leider viel zu süß. Überraschend lecker. Jung. Eine Rote-Vaniläne mit Barkeim-Zucker. Da ist schon ein bisschen Zucker drin. Ja, so dass er halt auch vielzeitig einsetzbar ist. Und da kommt sie 50, die Flasche von dem Waldhimmel. Und da sind wir bei 126. Willst du mit Kopf auf den Film? Mit Kopf? Ja. Oder ohne Kopf? Kannst du mit Kopf messen. Ja, das Problem ist, ich bin zu unbedeutig für sowas. Ja. Im Tisch wird Kopf aus. Sicher wird vielmeiß. Kipsi! Top, top gelöst. Auf Nuten mit Ketchup, aber die Spätzle-Chini mit dem Rauchketchup von E-Meels ist schon ziemlich cool. Viel, 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 mehr, 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 mehr. Ja!